was geht ab leute hey ich hasse menschen das ist so abnormal wie die mich ab punkt punkt muss hier monetarisierbar bleiben das struggle ist so real man aber egal wir gehen jetzt erst mal ein sandwich essen da sind wir wieder so wie jede woche spezewirtschaft das gibt es heute bin gespannt mit jackfruit sehr interessant auch vegetarian hoffen wir mal dass diesmal nicht so viel frischkäse mit dabei ist wie beim letzten mal heute hatte übrigens auch wieder an dem recht zentralen stämmerhof hier in münchen da gibt es auch ein food truck eigentlich jeden tag und da war halt ein tag frei bedingung war irgendwie dass er an dem tag aber nur vegan anbietet aber da schauen wir heute nicht vorbei weil wir haben donnerstag schon unsere ort je nachdem wann die jungs mal da vorbei schauen wollen schauen wir auch vorbei dort dann weil wie gesagt ich weiß gar nicht ob der fix ist oder ob er da noch was ändert bleibt einfach dran falls euch das interessiert das sandwich letzte woche war das mit dem pilzen und dem käse wo ich gesagt habe und dem ganzen frischkäse oh mein gott wo ich gesagt habe das eigentlich mal der schlechteste für mich und der der kollege der besitzer hat folgen gefragt wo ich gekauft habe irgendwie fandest du eigentlich die von letzte woche habe ich halt gesagt ja möchtest eigentlich der schlechteste bisher also klasse weil feedback war anscheinend so gut dass die leute den geliebt haben ja so ist das mit den geschmeckern ich muss sagen das brot hier taugt mir immer sehr gut aber das brot gestern bei tatty war auch krass der hat echt auch gutes brot komplett anders gut aber auch sehr geil bei tatty das werdet ihr noch öfters schön die tüte als sitz benutzen so ich bin mal gespannt citron eigentlich sehr spicy hat einen kick auch ticken zu viel soße zu viel mayo ihr seht den saft runter laufen jack food wird benutzt als fleischersatz eine tüte auf der ich gesessen habe war lecker ist mir ein bisschen zu viel soße in letzter zeit es war voller also zum mayo ähnlicher soße ohne wer meiner meinung nach auch ein bisschen besser wieder gewesen also ihr könnt ein bisschen weniger soße machen ein bisschen weniger frischkäse und sowas aber ansonsten hammer jetzt erstmal was trinken wir es natürlich genau schon was ich trinken werde neuer laden hat aufgemacht heute eröffnungstag schlechtes wetter für die aber ein kunden kann die auf jeden fall und zwar mich hier direkt münchner freiheit also nicht direkt bisschen über der münchner freiheit hier die gegend gibt es auch kein bobbeltier laden also location finde ich nicht schlecht ich habe auch schon viele gesehen die mir entgegen gekommen sind mit soft ich bobbeltier also schauen wir mal was ist er irgendwo kurz unterstellen sportio oh mein gott mit eis fuck ich hasse mit eis aber ich habe auch nicht gesagt ohne ist also mein fehler war bitte immer ohne eis man eis unnötig karamell mit tee ja um wieder runter zu kommen von den ganzen leuten die nie oder spät antworten was mit der gesellschaft leute ist es normal eine tage zu brauchen für eine e mail oder für eine antwort ständig 24 7 sind die leute am handy aber zum antworten warum die wochen tage jahre monate so ein bisschen hat's und zocken neue patches draußen bei cake gab es eine neue ankündigung ein neues programm das referral programm hat sich geändert normalerweise war immer also die 10 dollar die es halt gibt wenn ihr den link verwendet wenn ihr euch neu anmeldet gibt sogar 20 bonus bloß noch mal zehn extra mit referal link und der dessen linke benutzt geht auch noch mal zehn und wenn ich mach mal den toni aus für euch und jetzt ist halt so und davor war halt so dass es auch noch zusätzlich prozente gab für wenn ihr im landing seit landing hat aber kaum einer gemacht ich habe glaube ich übrigens kurs geht aus an alle die den link verwenden weil der geht momentan gut ab ich habe gestern auch wieder 45 rhein bekommen ich bin in den top 40 und ich versuche da auf jeden fall in die top 10 zu kommen muss halt nur den link bisschen öfter werben aber wie gesagt support momentan echt krass und ihr seht ja auch also hoffentlich ihr seht ja auch was cake und was die wie uns alles ermöglicht wie gut uns es uns geht keine sorgen fast keine sorgen außerhalb das mit den influencern die mir kopfschmerzen bereiten die sind so leidend auf jeden fall haben die das programm jetzt geändert und man kriegt auch für lm und staking jetzt anteil also gesamt einfach für das kapital was die leute die den link genutzt haben auf cake haben was ein gutes weil kaum einer hat ein landing gemacht von den über 60 leuten glaube ich die ich empfohlen habe war ein einziger im landing weil landing natürlich das schwächste von den drei ist und hat mir jede woche 30 40 cent gebracht oder so was nicht schlecht ist und jetzt bringt mir jede einzelne was und jetzt nun sie es auch das zu werben klasse werden wer weiß vielleicht ist irgendeiner den ich geworfen habe ein fetter wahl und ich krieg 80 prozent von ihm aber ja coole sache wie gesagt also falls euch das interessiert tut sehr einigen weil ich sehe ja die die empfehlung die reinkommen nutzt gerne den link das hat unser leben verändert ich habe nie kommen tage wenn ihr auch irgendwie irgendwelche kartons als mülleimer benutzt eigentlich kann man das eigentlich auch direkt wegschmeißen mein gott also die ist kaputt gegangen die ist mir letztens runter gefallen und jetzt macht sie ab und zu probleme der knopf funktioniert nicht mehr ganz und manchmal nimmt sie ohne ton auf was allein ist also ihr seid gerade die achter ihr seid die siebener das ist die achter der hatte ich damals gekauft einfach so war black friday war habe ich mir gegönnt obwohl ich euch noch ab jeder kennt das ist kein problem die neu zu kaufen jetzt aber man gewöhnt sich an kameras man kennt ihre marken und so das schwer zu beschreiben zum beispiel ihr die siebener ihr habt eine kleine macke und weiß ich denn wie wenn man jeden tag benutzt das wird ein teil von einem also man kann die nicht einfach so ersetzen also man kann schon aber ihr wisst was ich meine ja also anstatt die achter werde ich mir glaube ich einfach direkt die neuner kaufen dann demnächst leider kaputt gegangen wagen hat geschrieben ja so mein gott dieses neue programm von cake super saftig geschrieben oh mein gott du hast hoffentlich meinen link benutzt ich habe nachgeschaut weil ich glaube damals was mir empfohlen hat das war vor über einem jahr da gab es glaube ich noch keine links ref links und ich habe nachgeschaut im chat verlauf er hat niemals ein cake link reingepostet deswegen baggisch leider nicht er hatte keine ein prozent von mir obwohl ich ein super fetter saftiger fisch bin von dem man halt richtig profitieren kann aber leider gab es damals keine links ja und das war's von mir leute licht auf nachbarin hat vorbeigeschaut weil sie ein tolles instagram foto machen wollte und hey der nachbar ich habe hier ein studio mit allem was man braucht ihr wisst bescheid folgt uns auf instagram und twitch freitag manchmal auch samstag bonus stream sind wir live investiert in bitcoin nutzt unsere links und infobox und ciao